Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing-Video auf dem Channel Schokomuffin777. Heute geht es um ein Case bzw. eine Art Hülle von der Firma Gripis. Die, die mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat und dies ist das Unboxing-Video dazu. Das heißt, ich habe hier mein kleines Unboxing-Knife und werde jetzt diese Tüte-Packung aufschneiden, wenn es mir dann gelingt. Dann gucken wir kurz rein. Das ist unwichtig. Und da haben wir einmal diese Box, die hier enthalten ist. Und dort haben wir das Leder-Case in der schwarzen Variante für das iPhone 4 bzw. 4S und das Nokia C7. Ich kann die Box hier jetzt hier auch nochmal aufmachen, also hier nochmal die Rückseite. Dieses Case bzw. Hülle gibt es in zahlreichen verschiedenen Farben. Unter anderem Pink für die Mädels unter euch und ja, Grau oder Rot, je nachdem was ihr haben möchtet, gibt es die Farbe, halt diese Schutzhülle. Gucken wir mal, was da drin ist. Und dort ist ja das Hauptbestand, also diese Schutzhülle und, ah ja, genau, schick. Dort haben wir auch noch so einen kleinen Slider, aber darauf gehe ich dann im Review ein, wozu der ist und was das macht. Also, das erstmal zum Unboxing. Wir sehen uns im Review. Bye, bye.